Blutbad, verwüstet die Festung von Bubbel der Grobe Umine vorzulockt. Und damit sag ich mal IQDB, willkommen zurück zu Let's Play Mittelerde Mordeschatten 100% Run mit freundlicher Unterstützung meines Partners Gamesplanet.com. Wenn euch das Spiel gefällt, schaut in der Videobeschreibung nach, da findet ihr einen Link, worüber ihr es günstig kaufen könnt und nicht ein bisschen Provisionen bekomme. Nein, ihr kriegt es auf jeden Fall günstig. Empfiehlt sich. So, starten wir also mal das Blutbad. Altgedienter Häuptling. Oh, der gibt auch ordentlich Macht. Nun gut. Töte die Herde und der Bulle wird attackieren. Das heißt, tötet 20 Uruks innerhalb von 2 Minuten. Fangen wir doch mal damit an. Das war der erste Streich. Ich glaube, das zweite verfolgt so gleich. Wohin willst du? Das ist genau das Ding! Oh, sch***! Ich hoffe, der nächste kommt. Wo sind die ganzen Uruks? Da oben. Okay. Hey, ihr Mistgeboten, kommt hier runter. Hahaha. So, fünf Stück haben wir schon. Komm, machen wir schnell. Oh Gott, das ist ja gar nicht so einfach. Ich hab ja gerade mal 10. Scheiße, ich muss mich mal ganz schön beeilen hier. Ist hinter mir, ne? Tatsächlich. Ich hab... Oh, Mann! Ich bin viel zu langsam. Zwei Minuten ist aber auch ein viel zu knappes Zeitlimit. Vor allem, wo sind die denn alle? Warum hast du so große Angst vor Gulen? Sie sind schwach, die kleinen Kinder. Es ist ja nie bloß eine. Sie sind niemals alleine. Ich muss mich beeilen. So, noch sechs Stück. Du bist noch einer. Oh, fuck. Meine Zeit läuft davon. Ich hab' mir momentan nicht so lange gebraucht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Mist. Ja, ich hab's ja kapiert. Ja. Toll, geht das jetzt echt nur, wenn ich... Oh, was? Ja, jetzt ist da einer, der Alarm schlägt, ja? Wo muss ich denn jetzt hin? Leute. Toll, ein Mist. Ich verfolge dich durch ganz Mordor, wenn ich muss. Bald läuft's. Oh, jetzt hab ich aber keinen Bock auf dich. Toller Mist. Ich war die ganze Zeit auf der Suche nach ein paar Uruks. Und dann kommt da keiner. Und jetzt lungern sie hier rum. Wollt ihr mich mal verarschen? Ja, schlag ruhig Alarm. Ich hätt gern genug Uruks. Na, was machst du denn? Starte mal deinen Auftrag. Töte die Herde und der Bulle wird attackieren. Ich provoziere jetzt einfach erst mal ein paar. Ich schlag euch jetzt erst mal zusammen hier. Komm, 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 komm. Okay, gut. Den lass ich Alarm schlagen. Umso besser. Ja, schön. Alarm wird geschlagen. Ja, schön. Also, so hätt's beim ersten Mal auch ruhig laufen können. Ach, so ein Berserk, ja? Dann betäuben wir euch mal so ein bisschen. Gut, gut, gut. Und man hat mal öfter Special Moves, dann geht's schneller. Ein paar von euch kann ich auch zum Feuer locken. Ne, das wär auch vom Vater. Kommt her, kommt her. Und schon sind's nur noch sechs Stück. Fünf. Und nur noch drei. Und nur noch zwei. Bämms! Diesmal werde ich mich zuerst um seine Leibwäsche kümmern, weil der eine da hat einen Giftknüppel. So muss ich das sehen. Ich seh gar nichts. Hier ist alles zu dunkel. Der hat irgendwie so voll, so das Großvater-Gesicht. Na super, jetzt krieg ich auch noch, jetzt hab ich auch noch mit dem Hauptmann zu tun. Das ist alles die Leibwäsche von dem? What the fuck, man. Ich kümmere mich also erstmal um die anderen. Du bist der Häuptling, ne? Gut. Schalt dich ein. Ah, nein, nein, nein. Ich mach den mit dem Schild zuerst platt. Shit, man. Hatte ich nicht ne Schulter am Attacke irgendwie? Ey! Was? Was hat mich erwischt? Scheiße, 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 scheiße. Ah, gut. Noch einer, ey. Scheiße, man, hab ich hier viele Gegner grad vorgegeben. Hm, ich sollte vielleicht den Betäubungsklag erstmal anwenden. Stresst mich doch halt. So, ich brauch erstmal ein bisschen Luft. Fuck, hey. Denn der ergreift gleich die Flucht. Nein, 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 nein. Geht. Greifst immer den Falschen zuerst an. So, den hätten wir. Nummero eins. Jetzt geht's an den Nächsten. Schon sieht das Ganze doch wieder besser aus hier. Halt! Geh fort. Gibt's mal ein bisschen Schläge für dich. Nein, du haust nicht ab. Ich hau ab. Jetzt erst den da auf. Du entkommst mir nicht, Freundchen. Scheiße, warum springst du denn? Lass los! Oh, nee. Scheiße, scheiße, scheiße. Der haut ab. Dich lass ich nicht entkommen. Kapier's doch! So, kümmern wir mal die Rune schnell. Dann kümmern wir uns wieder an den. Der letzte Leibwächter ist auch schon böse angeschlagen. Ich seh ja gar nichts, wenn die alle hier im Bus stehen. Rass mich mal. Nerv mich nicht. Nee, nee, nee. Der Häuptling ist am nerven. Nein! Jetzt wird hier ein Kampfexperte bei Batman. So, jetzt haben wir nur noch einen. Den Meister hier persönlich, wa? Er ist Kampfmeister, what? Weißt ihn! Er bleibt sein Fleisch! Also, damit kann ich ihn nicht attackieren, ja? Mal schauen, mit was ich dich denn sein kriege. Ei, 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 ei. Was soll denn das? Ja, ich mach doch was ganz anderes. Ey, wer erwischt mich denn dauernd? Ich kann gar nichts machen, wenn mich von irgendwoher jemand immer abschießt. Scheiße, scheiße! Boah! Boah! Guck mal dich doch mal um den Häuptling. Wie soll ich denn dem jetzt Schaden zufügen, wenn ich den überhaupt nicht bezwingen kann? Ne, damit geht's nicht. Scheiße! Ich muss erst mal Aufzehrung jetzt in dem Kampf bei irgendeinem machen. Hä? Wo kam das denn jetzt her? Hohohohohoho! Im letzten Moment! Alter Scholli! Wie weit hat den Kopf angeschmogen? Du kannst uns nicht alle töten nachden! Habe ich denn irgendwie eine Info über diesen Uruk? Ich kann ja gar nichts machen So wie der mich bedrängt Stärkt Schösser Ich kann ihn gar nicht im Nahkampf bezwingen Aha Das ist er doch, ne? Ich kann ihn nur mit einem Schleich an den Griff machen oder mit einem Karagor Gut zu wissen Dann holen wir uns jetzt schnell Die Rune Sammeln sie ein Gut zu wissen Dass das nicht geht Wo gibt's den Karagor? Oder ich verstecke mich und attackiere mit dem Schleicheinkriff Was willst denn du hier? Oder kann ich dich mit dem Ferner Griff schaden? Nein Auch immun gegen Fernkampf Was machst du denn? Talion Lässt du dich mal hier runterfallen? Hallo? Ich will ja mich verarschen Der lässt dich überhaupt nicht runterfallen Ich muss zusehen wie ich an einen Karagor rankomme Bei der Gelegenheit hole ich mir jetzt erstmal schnell Das habe ich gar nicht gewollt Ich wollte das Verpiss dich Damit könnte es gehen Ey Also Talion hat es heute auch Der ist total behebel bei einigen Ersteuerungen Hey ich will nicht dass du Dir die ganzen Kills holst Ohne dass ich was machen kann Nee 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 Beiß ihn Los beiß ihn Da hat's dich gelegt Down 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 Geht der nächste Häuptling Haut schön ab So ich werde jetzt erstmal mein Reitier aufzählen Weil ich brauche das Puh Was haben wir denn jetzt alles freigeschaltet? Sonst hier nichts Was soll das? Okay aber wir haben immerhin Eingeplättet Ich weiß ich habe auch noch Ruhen bekommen Aber ich schaue es mir jetzt beim nächsten Mal an Jetzt ist gerade nichts dabei was mich reizen würde Urkund der Streune Greife auf seinem Fest Ah da gibt es glaube ich eine Mission Und das hilft wenn man es schafft Einen einen Ach ne das machen wir dann jetzt auch nicht Oder? Doch Und zwar wenn man einen Urk bei seinem Fest mal vergiftet Gibt es auch eine Bonus Achievement Ich muss nur gucken wie ich da hinkomme Na ist da oben irgendwo ne So dann entlasse ich mal mein Tier Dass es auch ein bisschen Wüten gehen kann Und wir schauen ob wir hier oben was reißen Ihr sorgt euch viel zu sehr um diese kleine Kreatur Da war doch ein Geräusch Ne war da nicht Also Urkund der Fest mal ein Blablablabla Michi dich beim Fest mal ein Das ist nur noch nicht wie das mit dem Vergiften geht Ich weiß Euer Blut wird schwarzer als die Nacht sein Handfehlverschleißung Okay 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 Ich will schauen ob ich den irgendwie vergiften kann Beinahe hätte ich mich verraten Karagor sind nicht zum Reiten da Sondern zum Töten Genau wie Graux Raten und Menschen Ich muss erstmal schauen wo ich das Hinkrieg mit dem Vergiften Das war ja ein Massengeklopper und Geschnitzel Oh und war das knapp Auf diesem Messers Schneiderstandes Aber damit stirbt der nächste Häuptling Wir haben es also geschafft Und konnten wieder mal einen der Ork oder beziehungsweise Urk Hauptanführer Beseitigen Gleich noch sein Gefolgsleute Seine Gefolge platt gemacht Und Der hat aber auch schnell die Flucht ergriffen Als er den Karagor gesehen hat Wie es weitergehen wird Was das für Auswirkungen Auf Saurons Armee Von den Machtverhältnissen er hat Das erfahren wir schon in der nächsten Folge Vergesst euch überwärtig einen Kommentar zu lassen Und ich bin hier raus Peace out Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal